Was neulich war, ich war wieder in Ost-Berlin Ich lauf in so'n Café vorbei und seh'n Typen, mit dem ich in Stuggi in der Schule war Als ich mutier zum kompletten Berlin-Hips und ich denk mir Ich juggle noch mal klar Sitz da mit seiner IT-Branche und passier Spricht über Projekte, die nie passieren Und in seine Gedanken Bist hier der King von Fritz-Lauer-Band Er steht wirklich stereotypisch für die anthropologische Entwicklung dieser Region in den letzten Jahren Wie wird man uns heute in einer sehr speziellen Spezies An Phänomenen, das wirklich prägend für die Gegend ist Einzigartig in Verhalten und Vermehrung Gemeint der Homograficus Ost-Berliner Prägung Das Männchen, Fruchtis, Wetlock und der Trucker, Cappy Sein Van im Twisted Denim sitzt er wie ne Leggings An seinen Füßen, Hongkong-Mund geblasen Diese Reagenz-Glas-Kreuzung nennt sich die Cynopunks Doch keine Angst, von diesen friedliebenden Zeitgenossen Schenken sie in Aufmerksamkeit, dann ist schnell das Eis gebrochen Sie hören sich gerne reden, sind Meister der Verpackung Hier ein ganz besonders prächtiges Exemplar dieser Gattung Theo 30, seit zwei Jahren hier im Prenzelberg Sein mit amorphosisches Talent ist nicht bemerkenswert Früher ist er geskated, war ein Straight-Ats Heute ist er ein Basshead Debrie, wenn er nicht mindestens drei E-Slack Der ging von Pop zu Mod, von Punk zum Hipster Ging von Sax zu Dogs, zu Dunks und Babes Und wie sein Schuhwerk wechselt er die Gesinnung Und ändern sich die Bedingungen, nennen sämtliche Bindungen Ich war schon fast vorbei am Café Und entdeckte mich und weckte mich zu sich her Ne, jetzt, oder? Deine Gedanken Jürgen, doch mal klar Er schrie mein Name, dass es ja auch die Runde macht Schlug auf mein Schulterblatt, dass ich mein Name fast ausgekugelt hab Lod mich ein auf'm Milchcafé Weite mich ein in die Pläne seiner Ich-AG-ZV Macht er ein Fotoband, wird dafür gern auch mich gewinn So ein Studio 54-Style a la Terry Bidgetson Zudem machte ihr Sounds Ein Projekt nennt sich Elektro-Smog DJ den Allowance, ein Spezialgebiet des Retro-Rock Das Weibchen, das daneben hockt Sein Schatz, sie aus der Eifel Ne schicke Mittelschnitte im 80er-Revival Sie designt Klamotten in dem Atelier Was das wohl heißt? Sie zerschnibbelt Shirts von H&M Neudeutsch zu Customizes Jedes halbe Jahr verreist Zuletzt war sie in Tibet Hat sich in Lama im Yonkong-Tempel eingemietet Er war in London und kommt eigentlich grad von Tegel Er plant ein Plattenlabel Musste da was mit seinen Partnern regeln Außerdem schreibt er für'n Lifestyle-Magazin Und er stellt all aus in seiner kleinen Galerie Und er kommt daher wie seine eigene Parodie Man kann bei Weitem viel bezweifeln Und nicht seine Fantasie So viel geht bei dir Und international auch? Ist ja geil Es geht wie Mix-mäßig grad voll durch die Decke eurem Projekt Wow You're good for my club Ne, welchen Kameramann soll ich kennen? Ne, kenn ich nicht Ey, du hast auch so'n Schlüssel jetzt zu so'ner Private Lounge im Mittel? Ey, du hast auch so'n Schlüssel jetzt zu so'ner Private Lounge im Mittel? Und er ist auch so'n Schlüssel jetzt zu so'ner Private Lounge im Mittel? Seine Gedanken Ey, ich sag da haben wir ja auch gut Ist ja die Big Kings vom Friends Lower Back Ne, aber du kommst an jeden Fall mal in deine Nummer gegen so'n Dann werd ich mich verliert Ja, wegen deinem Triebogen und so weiter Alles ja klar Willkommen bei den Kings vom Friends Lower Back Ja, wegen deinem Triebogen und so'n Schlüssel jetzt zu so'n Schlüssel